cake news was ist die woche so passiert schauen wir rein was geht herzlich willkommen zu den besten news in youtube deutschland herzlich willkommen zu den cake news wir haben heute beim fußball mal wieder 2 zu 0 verloren und ihr wisst was das heißt es wäre wirklich korrekt wenn ihr das video einmal liken könntet schurjoka ist mal wieder auf twitter komplett abgegangen dazu kommt wahrscheinlich morgen noch ein eigenständiges video deswegen fasse ich das ganze hier so oberflächlich zusammen dass wir am ende auf acht minuten kommen erstmal aber eine erfreuliche nachricht und zwar hat mich schurjoka tatsächlich auf twitter entblockiert leider hat sie das ganze nicht gemacht um mir die hand zu reichen sondern weil sie mal wieder zeigen wollte dass ich meine ganze community belogen habe und zwar hat sie folgt hat sie mich auch entblockiert lass mal kurz schauen kommen hat sie mich auch entblockiert hat sie mich auch entblockiert die ist doch links radikal hat dich blockiert pech schurjoka entblockier mich sofort folgendes gepostet kuchen tv make my wieder seine community 80.000 also mich hat sie nicht mal blockiert ja das kommt halt daher dass du ein linker bist outlaw du musst es verstehen wir die zeichen häufen sich du bist eine linke zecke und daran können wir auch nichts ändern ein euro an anwaltskosten wegen schurjoka und twitch really was für ein verfahren sollen das gewesen sein war ich da wirklich dabei oder werden da paar andere verfahren und bußgelder großzügig mit reingelogen gerechnet es geht darum dass ich bei twitch durch stream elements eine benachrichtigung drin habe in der geschrieben ist dass ich dieses jahr bereits 80.000 euro an anwaltskosten hatte und ich mich freuen würde wenn leute ein wenig support da lassen und auch dave simpelot hat sich natürlich wieder mit eingeschaltet und hat folgendes dazu gepostet hä aber vor fünf monaten waren es noch 6.000 wie kann das denn sein dass das jetzt so viel mehr sind dazu dann ein twitter verlauf wo ich geschrieben habe dass die anwaltskosten derzeit bei ungefähr 6.000 euro plus liegen lustig erstmal dieses plus ist auf einmal komplett weg aber ja wie können die kosten auf einmal so hoch sein ist ja nicht so dass ich plötzlich eine zweite abmahn es kam doch viel mehr verfahren dazu hä das war doch vor einem halben jahr war es doch waren die ganzen sachen doch noch gar nicht gelaufen von schurjoka erhalten habe gegen müller römer vor gericht musste zweimal dass ich gegen twitch vorgehen musste und dass die schurjoka negative feststellungsklage die ich eingereicht habe jetzt auch endlich vor gericht geht wie konnte ich nur verfahren von denen ich noch gar nichts wusste nicht schon im dezember mit reingerechnet haben das ist wirklich meine schuld das ganze geht natürlich noch weiter nachdem ich eine halbe stunde nach ihrem tweet den ich logischerweise gar nicht gesehen habe selber gepostet habe dass ich gegen schurjokas anwalt in 9 von 11 punkten gewonnen habe hat sie mir direkt vorgeworfen wenn man volksfeilzer tv beim lügen erwischt macht er by the way immer das gleiche wer ist volksfeilzer tv ich glaube sie meint nicht gucken tv oder weil ich meine er ist ja in revision bei dem verfahren ist ja noch nicht rechtskräftig solange er noch dagegen vorgeht er öffnet ein neues thema um davon abzulenken genau ich habe das nämlich nicht gepostet weil ich einfach genau an dem tag das urteil bekommen habe sondern einfach um vom thema abzulenken auf dem ich danach einfach komplett drauf eingegangen bin weil der punkt sowieso komplett bescheuert ist sie hat absolut recht schurjoka hat dann unter meinen tweet dann auch nochmal gefragt warum ich denn so viel geld brauche denn das meiste müsste ich ja eigentlich wieder bekommen wenn ich immer gewinne und ich habe ihr auch geantwortet dass ich mir halt gute anwälte hole die da wirklich zeit rein investieren und ich kriege ja nur die gebührentabelle wieder aber die zeit die meine anwälte da rein packen und auch die kosten pro stunde sind halt einfach deutlich höher das war ihr natürlich nicht genug also die frage ob ich meinen anwälten vielleicht noch einen bonus zahle weil ihr anwalt ist ja genauso teuer ja das ist schon schon wirklich traurig dass der anwalt von schuyoka der alles verliert genauso einen hohen stundensatz nimmt wie meine top anwälte also das ist wirklich ja aber bei schuyoka kann das anscheinend machen wirklich belastend also wie kann man denn wirklich so krass von sich überzeugt sein aber trotzdem immer wieder verlieren ich habe ja auch versucht nochmal klar zu machen dass meine anwälte halt wirklich sehr viel zeit da rein investieren weil die halt alles gewinnen wollen und das tun sie ja auch was dein anwalt ja anscheinend nicht wirklich macht sie hat dann auch nochmal nachgefragt ob das denn wirklich nur die verfahren gegen twitch und gegen sie sind oder ob ich da irgendwas weggelassen habe und ja es ist tatsächlich so dass da auch noch andere verfahren mit drin sind wegen der volksverletzungssache müssen wir jetzt vor das bundesverfassungsgericht dann natürlich noch die beiden sachen gegen müller römer wo schuyoka auch weiß dass die existieren und dass die da logischerweise mit drin sein werden ich verstehe halt dieses cherrypicking mal wieder nicht als ob irgendein zuschauer jetzt sagen würde ach naja also gegen twitch und schuyoka ja gut aber das hätte man dann auf jeden fall besser formulieren können dann hätte man lieber geschrieben wegen schuyoka und russ und ich meine das twitch ding wurde ja durch schuyoka ausgelöst und das müller römer ding auch das russ hätte man wahrscheinlich noch dazu schreiben können wäre vielleicht sogar noch krasser gekommen schuyoka da lasse ich natürlich gerne mal ein euro da aber wenn ich reinschreibe dass da noch andere verfahren mit drin sind dann würden die natürlich sagen was das geht doch gegen müller römer ne also da habe ich gar keine lust mehr dich zu unterstützen schuyoka und twitch waren halt nur beispiele und ja theoretisch hat schuyoka natürlich recht ich hätte das da anders formulieren können ich weiß jetzt aber nicht wo die lüge sein soll denn diese 80.000 euro habe ich ja trotzdem gezahlt egal ob das jetzt nur in zwei Jahren ja aber nicht wegen schuyoka soweit ja dazu wurde schuyoka aber mal wieder beim lügen erwischt und zwar hat sie folgendes gepostet ist euch mal aufgefallen dass ich die einzige aus dem haufen bin die nicht die eigene community für die gerichtsverfahren mit donation goals und go fund me pages ausnimmt während mir aber konstant geldgier nachgesagt wird aber was hat sie erst vor ein paar monaten auf ihrem discord gepostet und falls jemand den ein oder anderen euro übrig hat dann freue ich mich über support der boys club hat heute spenden gesammelt weil sie mich jetzt alle verklagen wollen ups und der will uns dort ich werde das da öffnen zeit es ist unfassbar aber selbst schuyoka hat sich in instagram story schon davon abgewendet und die person die es über meinen kopf hinweg veröffentlicht hat der ich auch geschrieben habe dass mich das nervt gibt mir jetzt eine mitschuld daran weil ich hätte ja was nutzen die für ein filter hä was ist das ich möchte mich ja nicht so drüber lustig machen aber warum benutzt man so ein filter das sieht ja nicht realistisch aus oder? Zeit finden müssen klar nein zu sagen ich habe ganz klar geschrieben dass ich ein paar tage zeit brauche und dann nicht mehr geantwortet weil ich nicht dazu gekommen bin und die klassische antwort von irgendwelchen du zum internet ist ja da bist du aber selber schuld wenn du dir nicht die zeit genommen hast innerhalb von sieben tagen dann noch einmal zu antworten deswegen auf jeden fall schuyoka nicht dafür kritisieren dass irgendwelche zuschauer von ihr so krank im kopf sind dafür kann sie ja offensichtlich nichts naja den rest sehen wir am nächsten tag wir kommen mal zum nächsten thema Titek hat mal wieder komplett daneben gegriffen Titek ist vielleicht einigen leuten ein begriff vor allem da er momentan einen sehr weirden skandal am start hat und zwar hat er vor einigen monaten ein video zur rammstein thematik gebracht und da hat er eine sehr weirde aussage gebracht und ja aus naivität kann man eine eigenverantwortung ableiten und damit einhergehend eine klitzeklitzekleine selbst schuld auch wenn die hauptschuld immer noch der täter hat dafür das war schon wirklich dumm wurde er extrem durch den kakao gezogen und ich mag Titek also ich habe wirklich nichts gegen ihn als person aber ich muss sagen aus der sache zieht er sich einfach nicht gut raus aber also ich habe ihm auch gesagt dass er die Sache jetzt einfach ruhen lassen soll er soll wieder seine normalen Videos machen ich glaube gerade steht er für Sachen in der Kritik die durchaus kritisierenswert waren aber ich glaube viele Menschen haben ein Bild von ihm das nicht stimmt aber ich denke das wird er mit positiven Videos auf jeden Fall wieder herrichten können und in ein paar Jahren werden wahrscheinlich dann alle über diese Aktion von ihm damals die halt auch wirklich dumm war lachen unter anderem auch von Rezo und Gnu die dazu Videos gemacht haben denn logischerweise haben Frauen niemals eine klitzeklitzekleine Teilschuld wenn ihnen irgendwas passiert das Thema hat er dann erstmal ignoriert bis er jetzt vor einigen Wochen mit seinem Schlussstrichvideo wiedergekommen ist und da hat er zwar versucht das ganze einzusehen und zu sagen dass Frauen natürlich keine Teilschuld daran haben allerdings wirkt das ja es war halt an einigen Stellen wieder ein bisschen weird formuliert und vor allem das Verhältnis zwischen Entschuldigung und Rechtfertigung hat mir auf jeden Fall nicht gefallen auch wenn ich es in der Reaction auch ziemlich positiv fand also er hat ja teils auch sehr schlüssig argumentiert muss man sagen aber das Verhältnis hat halt einfach nicht gepasst ich entschuldige mich aber sicherlich nicht bei Leuten die ich nicht gemeint habe ich zeig euch jetzt den, den und den Kommentar und bei denen entschuldige ich mich nicht denn die waren gar nicht gemeint selber schuld wenn ihr euch angegriffen fühlt das ganze kam ebenfalls nicht so gut an also hat er noch einen Verteidigungsstream gemacht wo er auf Kritik eingehen wollte und auch da sind sehr weirde Dinge gefallen Betrayment und Catsplay haben dazu auch schon zwei sehr gute Videos gemacht ich empfehle euch auf jeden Fall bei denen nochmal rein zu gucken ich überlege auch nochmal ein Video dazu zu machen einfach weil es halt so lustig ist Trayment ist, Trayment ist, ich bin kein Fan von ihm ich finde Trayment wirklich einen unangenehmen Typ was man aber auf jeden Fall sagen kann ist dass er im Stream doch hin und wieder so ein kleines bisschen sauer gewesen ist Begründe? Geht nicht hm 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 Ja und? Und? Ist das jetzt ein Argument? Ist das jetzt ein Argument, dass ich euch beleidige und jetzt habt ihr plötzlich automatisch Recht? Weil ich beleidigt habe? Nö, meine Vorfahren waren alles Deutsche Alles deutsche Wurzeln. Bin ich einmal Nazi? Komisch. Ha, ob uns das irgendwas sagt? Wann... Aber darfst du... Also, come on. Also, der eine Clip hier mit dem Nazi war jetzt aber, glaube ich, gerade schon ein bisschen von Traiment aus dem Kontext geschnitten, oder? Es ist, glaube ich, das, was Traiment geschnitten hat. Unter anderem wurde er auch dafür kritisiert, Ben Shapiro zitiert zu haben. Das ist ein sehr rechter, konservativer Typ aus Amerika, der unter... Ich muss jetzt sowas sagen. Ich hatte ja das auch drin in meinem Video zu ihm. Und ich wollte einen Screenshot von Ben Shapiros Instagram-Seite einblenden. Und ich folge Ben Shapiro schon länger, weil ich häufiger mal in die Storys reinschaue. Der hat ja auch so eine Show, wo er so Nachrichten vorträgt. Aber in dem Screenshot sieht man natürlich, dass ich dem folge. Und ich glaube, für Leute, die aus dem Traiment-Video kamen, hat das halt echt so gewirkt, als hätte ich dem extra gefolgt, nur um diesen Screenshot zu machen. Das hat halt wirklich so gewirkt, als hätte ich das nur extra gemacht, um zu provozieren. Aber nein, ich habe das... Ich folge nicht Leuten immer nur, weil ich denen unbedingt zustimme, sondern manchmal interessiert mich auch einfach, was die so sagen. Ich meine, ich folge ja auf Instagram auch beispielsweise Ketzer der Neuzeit und Co. Mag ich jetzt auch nicht persönlich. Oder ich folge auf Twitter, keine Ahnung, Kürtcho oder so. Das ist nicht immer, dass ich 100% Leuten zustimme, nur weil ich denen folge. Manchmal interessiert es mich auch einfach. Anderen gesagt hat, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, Kindermörder sind. Die Kritik, dass man so eine Person vielleicht nicht zitieren sollte, kann er natürlich nicht verstehen und sagt folgendes. Wenn er genau das Passende sagt, das, was ich meine, soll ich ihm dann die Worte aus dem Mund klauen, nur um ihn nicht zu zitieren? Oder zitiere ich ihn einfach? Also erst mal... Ja, ich glaube, wir haben hier eine kleine Differenz, was wir bei einem Zitat verstehen. Titek meint hiermit, dass man prinzipiell einen Clip nehmen kann, der aus seinen Augen sehr gut formuliert ist, ohne damit die gesamte Person mit einfließen zu lassen. Also beispielsweise sage ich in einem Video zu einem Nebenthema, KuchenTV hat dazu schon ein sehr gutes Video gemacht und blende dann ein Clip aus dem KuchenTV-Video ein, weil es da einfach sehr gut formuliert und recherchiert ist. Und dann sage ich nicht, das stimmt, weil es KuchenTV gesagt hat, sondern dann sage ich, das ist eigentlich das, was ich meine, weil es sehr gut formuliert ist in diesem Clip. Und dann könnte man natürlich auch sagen, ja, aber KuchenTV ist keine Quelle oder es ist kein Beweis dafür, dass es richtig gibt, weil der auch schon mal Quatsch gesagt hat. Also KuchenTV natürlich nicht. Ich will, dass er weiter auf mich reagiert, deswegen. Aber es geht halt einfach darum, dass man Formulierungen übernehmen kann, weil es eben gut formuliert ist da. Wobei ich auch sagen muss, ich persönlich fand den Ben Shapiro Clip nicht gut formuliert. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wenn eine sehr gefährliche Person auch mal ein richtiges Zitat bringt, dann würde ich das ja aber nicht nutzen, auch um dieser Person gar keine Aufmerksamkeit zu geben, zumindest keine positive. Mal ein richtiges Extrembeispiel. Nehmen wir mal an, Hitler hat irgendwann mal was Gutes gesagt. Keine Ahnung, der hat vielleicht vegan oder vegetarisch gelebt. Dann würde ja aber trotzdem niemand dieses Verhalten von ihm als positives Beispiel bringen und sagen, siehst du, der hat das nämlich so gesagt. Ich sag mal so, wo könnte man Hitler zitieren? Wenn man Leuten erklären möchte, wie man Macht ergreifen kann. Wenn man Leuten erklären möchte, wie man Menschen kontrolliert. Wenn Hitler einen Vortrag darüber gehalten hätte, wie man Menschen am besten manipuliert, dass sie einem hinterherlaufen. Das wäre eine sehr, sehr gute und spannende Information. Weil da hatte Hitler ja eine Kompetenz drin. Das heißt natürlich nicht, dass es positiv ist, dass er das konnte. Aber um das beispielsweise zu erklären, um die Strategie zu erklären, wie Hitler es geschafft hat, dass ihm so viele Menschen folgen, wäre das zum Beispiel ein spannendes Zitat. Es kommt da schon auch immer ein bisschen auf den Kontext an. Wie man es nicht machen soll. Ja, oder auf was man aufpassen soll. Wenn Hitler jetzt einen Vortrag gehalten hätte und erklärt hätte, wie er Menschen manipuliert, dann wäre das natürlich ein spannender Clip, um zu zeigen, wie Menschen manipuliert werden und dass man da nicht selber drauf reinfällt. Also es kommt auch da wieder ein bisschen auf den Kontext an. Wo er ihn ja zitiert hat, ist ja einfach, um seinem eigenen Argument mehr Kraft zu geben, indem er sagen kann, seht ihr, diese Person sieht das genauso. Und deswegen habe ich recht. Aber auch wenn... Nein, nein, das ist der Punkt. Genau das nicht. Das kam so rüber, kam auch für mich erst mal so rüber. Aber es geht darum, dass er nur fande, dass in dem Clip es gut formuliert war. Es ging nicht darum, dass man sagt, ja guck mal, sogar Ben Shapiro ist auf meiner Seite. Sondern es ging darum zu sagen, so möchte ich es formulieren, aber ich kriege es nicht so gut hin wie er. Also hier in diesem Clip ist es gut erklärt. Auch wenn es meiner Meinung nach auch in dem Clip nicht gut erklärt war. Wenn zwei, drei andere Personen genau die gleiche Meinung haben wie du, macht es die Meinung ja nicht richtig. Deswegen kritisch so einer Person da einfach so eine Aufmerksamkeit zu geben. Zur Miss Germany-Wahl sagt er dann unter anderem das hier. Auf jeden Fall, wenn es halt wirklich darum ginge, die Schönheit des Landes zu repräsentieren, dann muss ich halt sagen, ist eine Iranerin als Repräsentantin der deutschen Schönheit, das passt halt einfach nicht. Ja. Wenn es darum ginge, die Schönheit einer deutschen Frau im Durchschnitt zu repräsentieren, des Landes quasi, würde ein deutscher Phänotyp besser geeignet sein. Das Ding ist, T-Tag hat hier ganz klar gesagt, wenn. Wenn es nicht so ist, was es ja auch nicht ist, dann greift das, was er danach sagt, ja gar nicht mehr. Zwar jetzt vielleicht unnötig zu sagen, aber unter der Prämisse stimmt das, was er sagt. Also muss man auch differenziert rangehen, auch wenn jetzt alle T-Tag hasten. Sorry, aber er sagte, wenn. Und wenn, dann ist natürlich eine Person, die nicht in Deutschland geboren ist, keine deutschen Wurzeln hat, zumindest im gröbsten Raum, nicht passend für einen Land zu repräsentieren, wenn es darum gehen würde. Aber es geht ja nicht darum. Dementsprechend ist es eigentlich egal. Die Iranerin als Repräsentantin der deutschen Schönheit, das passt halt einfach nicht. Es hat nichts mit Rassismus zu tun. Überhaupt nicht. Die Aussage finde ich aus zwei Gründen schwierig. Erstmal ist Miss Germany gar kein Schönheitswettbewerb mehr. Das heißt, das Aussehen ist da vollkommen egal. Auch wenn das... Aber er hat ja wenn gesagt. Also er sagte, wenn es darum ginge, wenn es nicht darum geht, dann stimmt ihr über allen eigentlich. Weil dann ist ja die Prämisse, worum es geht, einfach anders. Und dann stimmt da... Dann existiert das, was Titek danach sagt, gar nicht mehr. Weil er sagte ja, wenn. In diesem Fall wäre es so. Teilweise immer noch so wahrgenommen wird. Dazu verstehe ich aber auch die Aussage nicht, dass sie dir nicht deutsch genug ist. Sie lebt seit Jahrzehnten in Deutschland, hat einen deutschen Pass, hat sich hier was aufgebaut, spricht die Sprache und so weiter. Wo genau ist da für dich der Unterschied, dass sie eine dunklere Haut hat? Und die Frage ist ja auch, wer darf denn dann Miss Germany sein? Muss ich jetzt nachweisen bis ins... Nee, deswegen ist der Wettbewerb nicht so aufgebaut. Das wäre dumm, jemanden zu nehmen, der die Schönheit des deutschen Volkes repräsentiert. Deswegen ist es nicht so. Unter der Prämisse könnte das Sinn ergeben, aber der Wettbewerb ist so nicht aufgebaut, weil das eben... so nicht gemacht wird. 16. Jahrhundert nur Vorfahren zu haben, die wirklich aus Deutschland kommen. Natürlich... Deutsch kann es ja eh nicht so definieren. Die Grenzen haben sich die ganze Zeit verschoben. Es ist eh nur eine Frage von, wie weit du zurückgehst, wie viele Generationen, was auch immer. Dementsprechend, das ist ja eh nicht so definierbar. Es geht dann doch eher um das Aussehen und den Phänotyp, der eben für Mitteleuropa typisch ist. Aber dementsprechend macht man das ja nicht so, weil das eben schnell in so eine rassistische Richtung geht. Muss man hier sagen, dass sie keine 10 von 10 ist. Aber so eine osmanische Schönheit als Miss Germany, die wirklich so eine 10 von 10 ist, also mal ganz ehrlich, why not? Dazu bringt er dann auch sowas hier. Ich sage es nochmal. Extra für dich. Wackel, verlackel. Extra für dich. Deutsch zu sein, ist was anderes als deutsche Herkunft. Deutsche Gene. Deutsche, keine Ahnung, deutsches Blut. Ja. Auch? Deutsches Blut ist meiner, also guck mal, guck mal, deutsches Blut sehe ich als Formulierung, sehe ich als kritische Formulierung an. Aber, come on, Titek lehnt sich nach der Aussage offensichtlich nach hinten und lacht. Oder? Guck mal hin. Gene. Deutsche, keine Ahnung, deutsches Blut. Ja. Au. Das ist doch nicht ernst zu nehmen. Also Entschuldigung, ich glaube nicht, dass er das mit deutschem Blut wirklich ernst meinte. Ich möchte ja Titek gar nicht komplett verteidigen. Aber ich möchte ihm gegenüber fair bleiben, weil ich ihn ja auch mag. Entschuldigung. Man sieht doch, dass das mit dem deutschen Blut nicht sein Ernst ist. Das war eine Übertreibung, wie man das halt manchmal so macht im Stream. Und ja, der war in dem Stream viel zu emotional und wütend und sonst was. Das war nicht klug, das so zu machen. Überhaupt nicht. Hätte er mich vorher gefragt, hätte ich ihm auch gesagt, er soll den Stream nicht so gestalten. Aber trotzdem sollte man fair bleiben. Ups. Auch das ist eine sehr, sehr weirde Aussage. Denn was genau soll denn deutsches Blut eigentlich sein? Es gibt jetzt ja auch kein Gen, was dich zu einer deutschen Person macht. Das ist ja eine Nationalität und nicht ein bestimmter Herkunftsbereich. Die Frage wäre auch, wenn Miss Germany jetzt ein Elternteil hätte, was komplett deutsch ist, es wäre das Blut dann wieder deutsch genug, obwohl es ja auch nur 50% so wäre oder wo genau setzt du da die Grenzen? Bei einem Schönheitswettbewerb geht es ja um Schönheit und um Aussehen. Das wäre quasi dann eher so eine optische Beurteilung, weil man ja auch nicht klar untertrennen kann, was ist eine schöne Frau und was ist eine nicht schöne. Also wenn das ein Schönheitswettbewerb wäre und diesen Anspruch der deutschen Schönheit hätte, dann könnte man das genauso wie die Schönheit optisch beurteilen. Das ist ja wohl klar. Auch die Schönheit ist nicht objektiv neutral zu beurteilen. Die ganzen Aussagen, die er da gebracht hat, sind halt wirklich absolut ekelhaft. Das Ganze geht auch, also er hat noch viel mehr Mühe gelabert. Allerdings will ich mir das für ein Video aufheben. Traymond hat das Ganze aber schon sehr gut zusammengefasst. Deswegen empfehle ich euch hier, da auf jeden Fall reinzugucken. Was man aber auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass er teilweise auch sehr getriggert gewesen ist bei dem, was die Leute so reingeschrieben haben. Mist, dumm, tut mir leid. Ja, Meltdownsteam, wirklich, wie kann man denn bei so einer Dummheit nicht Meltdown-Meldel-Melddown-Melddown-Meldau-Meld. Das hätte Titek niemals so machen dürfen. Das war so, wie er es gesagt hat, super, super missverständlich und unklug. Es war einfach nicht smart. Es war einfach eine unsmarte Aktion, so live zu gehen. Und die Sachen, die er gesagt hat, waren auch maximal unsmart formuliert Und ja, wer, hätte er mich gefragt, hätte ich ihm gesagt, lass das Ja bleiben. Aber zu spät. Guess what? Ihr seid dumm, das ist keine Beleidigung. Ach, wirklich. Ihr merkt, ihr denn nicht, wie dumm ihr seid? T-Tag hat sich damit mal wieder überhaupt keinen Gefallen getan. Es ist ja schon schlimm genug, dass er diese eine dumme Äußerung gebracht hat. Aber selbst da hätte man sich einfach hinsetzen können. Einfach sagen, hey, okay, war dumm, ist in Ordnung, ich sehe das jetzt anders und alles wäre geklärt gewesen. Stattdessen macht er ein State. Selbst wenn es nicht stimmt, wäre es smarter, aber ja. Ein Video, wo er sich so drei Prozent entschuldigt und ansonsten anderen einfach nur Vorwürfe macht, dass er die ganzen Sachen gar nicht so gesagt hat und wir alle übertreiben. Und macht dann einen Stream, wo er jeden Kritiker irgendwie fertig macht, Leute wegblockt, überhaupt nicht sachlich ist und dann zusätzlich auch noch diese anderen weirden Aussagen bringt. Also ich finde es persönlich sehr, sehr schade, denn T-Tag hat schon ein paar Videos gemacht, die inhaltlich sehr gut gewesen sind. Aber momentan ist da wirklich einfach gar nichts zu holen. Wie in den Cake News, denn das waren tatsächlich schon die Folgen von dieser Woche. Es passiert wirklich gar nichts. Es ist so tot zur Zeit. Ich muss mir auch irgendwie Content aus den Fingern saugen, aber mein Schnittprogramm funktioniert nicht wunderbarerweise. Deswegen dauert es länger, bis mein nächstes Video kommt. Dementsprechend brauche ich nicht mehr Content. Nein, das ist schlecht, ich will mein Video online stellen. Nebenbei, Gios Account wurde gesperrt, ist aber sofort wieder da, war jetzt auch keine krasse News. Deswegen lasst trotzdem eine Like da. Wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ihr wisst, zu T-Tag, ähm, ja, ich bin so gespaltener Meinung. Wie gesagt, Kritik einsehen scheint nicht seine Stärke zu sein. Das habe ich aber ja auch schon vorher gesagt. Ähm. Ja, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Tutsch vorbei, wenn ihr gerade auf YouTube schaut. Oder schaut... Warte mal, warum ist mein Kofi-Link gar nicht eingeblendet? Sorry, hier. Schaut bei Kofi vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das ist auch immer sehr wichtig. Ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction.